In Deutschland ist dafür die Bundesnetzagentur zuständig und die hat Anfang Oktober den ersten deutschen Trusted Flagge benannt. Die Meldestelle Respekt aus Baden-Württemberg. Doch das passt einigen im Netz gar nicht. Es ist nichts anderes als eine Zensur durch die Hintertür. Leute, das ist Zensur. Wir haben ja schon den Kommunisten-Stern im Logo. Der Hass gegen die Mitarbeiter ist so groß, dass es bereits Anschlagsversuche gab. Oh nein, 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 nein. Nee, sorry, gib mir das Polizei-Aktenzeichen, dann hole ich mir die Akte und dann gucken wir mal weiter, ja? Hallo, mein Lieben, willkommen beim Deutschland-Kurier. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Michael Werner. Er ist Kolumnist bei dem libertären Magazin Freiheitsfunken und auch bekannt als die Stahlfehler. Grüß dich, mein Lieber Michael. Hallo, Olli. Michael, ich habe dich eingeladen. Ich wollte mit dir ein kleines Reaktionsvideo machen, denn eines unserer Videos ist im Fernsehen aufgetaucht. Wir sollen eine Mitschuld daran tragen, dass nun Jagd gemacht wird auf Trusted Flagler. Wir sind also wieder einmal ganz, ganz böse Jungs. Ich halte das für Schwachsinn und ich hoffe, wir können das auch gemeinsam herausarbeiten. Ja, wir sind ja rechte Hetzer und deswegen gibt es jetzt Hetzjagden. Das ist doch einfach Handlungs... Das ist Staatsterror, so bezeichne ich das. Das ist Staatsterror gegen Menschen, die nicht mit der Regierung einverstanden sind. Nichts anderes als das ist das. Das ist logisch, oder? Genau, was mir jetzt schon mal aufgefallen ist, es wird ja, werden die Zuschauer gleich sehen, wird dann ja ein großes Brimborium drum gemacht, so nach dem Motto, ja, wir können jetzt nicht genau sagen, wo wir hier sind. Das muss alles im Geheimen bleiben. Nicht, dass hier dann noch jemand, was weiß ich. Aber alle zeigen sich selbstbewusst, im Klarbild, alle sind zu erkennen, Frauen, Männer. Also wenn die Gefahrenlage, die Bedrohungslage, wenn die wirklich so groß wäre, dann hätte ich als so ein 20-jähriges Mädchen Angst und würde mir ihn nicht im Fernsehen so zeigen. Ja, schön verpixelt. Also ich will ja nicht spoilern, aber ich glaube denen kein Wort. Und ich kann dir auch im Beitrag genau sagen, um das für später aufzuheben, warum. Ja, wir legen auch sofort los, aber mal so grundsätzlich. Gut, wir hatten den schrecklichen Mord am CDU-Lokalpolitiker Walter Lübcke, aber der ist ja auch schon sehr, sehr lange her. Ich kann mich nicht an Gewalt taten. Und das war ja außerdem, was aus dem Neonazi-Lager, das hat uns ja eh nichts zu tun. Aber wenn wir mal sagen, wenn wir mal unser Lager mal nehmen, also regierungskritisches Lager rechts von der Mitte, wobei, weiß ich, ich ordne mich ja selber in der Mitte, da ist ja scheißegal. Also da fällt mir nichts ein. Ja, mir fallen immer irgendwelche Antifa-Überfälle, fallen mir ein von linkern. Hammerbande, die Hammerbande. Ich bin selbst Opfer geworden, bin ich rumjammern, aber war halt so. Und vor allen Dingen, man liest immer von rechten Straftaten, also in der Statistik, aber wenn es sie wirklich so geben würde, die würden sie uns doch tagtäglich aufs Boot schmieren in den Mainstream-Medien. Ja, die Straftaten, das hatten wir ja auch schon oft, das Thema habe ich auch schon viel zu veröffentlicht. Und News hat ja da sehr gute Arbeit geleistet, die haben das ja alles mal recherchiert. Und da war das dann nochmal wieder Propagandadelikte oder Beleidigungssachen, Äußerungsdelikte und so. Aber diese wirklichen, auch diese ganzen Angriffe gegen Flüchtlingsheime, da hat dann irgendeiner im Sofa mal ein Böller da, Silvester, gegen geschmissen. Aber da heißt es immer, jeden Tag wird ein Flüchtlingsheim abgefackelt und so. It never happened. Es gab keinen einzigen wirklich gefährlichen Anschlag auf ein bewohntes Flüchtlingsheim. Das wurde alles frei erfunden. Und das sind einfach nur Äußerungsdelikte im weiteren Umfeld. Die fälschen die Statistik, wie es nur geht. Und wenn es sowas geben würde, wie so eine Hammerbande von rechts, nochmal, sie würden es uns jeden Tag auf Brot geben, jeden gottverdammten Tag. Ja, Sondersendung bei Maischberger, jeden Tag, klar. Richtig, richtig, richtig. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch schon mal mindestens ein Video gemacht, über diese Statistik, glaube ich sogar mehr. Da gibt es ja auch rechte Gewalttaten, wo dann tatsächlich Gewalt steht. Was bedeutet das dann? Das weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht so vorbereitet heute auf das Thema. Da müsste ich nochmal meinen alten Unterlagen gucken. Aber also richtig schlimme Sachen, wenn es die gäbe, wüssten wir es. Ob wir wollen oder nicht, das sage ich jetzt einfach mal. Sicher gibt es da irgendwie ein paar Neonazi-Affen, die auf irgendwelche Leute einkloppen. Und dann hast du aber auch noch zum Beispiel dieses Phänomen, wenn einer eine Gewalttat begeht, die vielleicht gar nicht politisch motiviert ist, aber der ist bekannt als, was weiß ich, Neonazi, da wird es auch schnell mal in diese Richtung gepackt. Also da muss man wirklich in diesem Fall jeden Einzelfall recherchieren, sich die Akten kommen lassen oder die Urteile kommen lassen. Und dann weiß man wirklich die Tatbestände, weiß man, was wirklich passiert ist. Ich glaube da keiner Statistik, keiner. Oder aber Palästinenser greift Juden an, zack, rechte Straftat. Ja, das sowieso. Oder ein linker schmiert ein Hakenkreuz irgendwo hin, rechte Straftat. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich rechte irgendwelche Hakenkreuze, das ist doch läppsch. Ja, ich wette, dass 99 Prozent aller Hakenkreuz-Schmierereien in Deutschland von der anderen Seite begangen wurden, um diesen Popanz aufrechtzuerhalten. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber es ist ja schon so oft rausgekommen, dass es so war. Aber ich kenne keinen Fall, wo es mal rausgekommen ist, dass es ein echter Neonazi war. Das ist auch Quatsch, diese blöden Dinger dahin zu schmieren. Was erreicht man damit? Damit überzeugt man ja auch niemanden mehr. Die Zeit ist ja vorbei, Gott sei Dank. Das Internet ist voll mit illegalen Inhalten und damit soll jetzt Schluss sein. Und dafür sollen Sie hier sorgen, sogenannte Trusted Flagger. Was das genau ist und warum die... So, erst mal, ich gucke ja normalerweise kein Mainstream-Fernsehen mehr, kein lineares Fernsehen. Gott ist der alt geworden, der Typ. Kann sein, ich habe das nie geguckt. Ich bin von einem Freund darauf aufmerksam gemacht worden, der mich anschriegt, ey, du warst im Fernsehen. Deswegen, sonst hätte ich gar nicht mitbekommen. Ja, und dann auch direkt falsches Framing. Es wird so getan, als gäbe es hier ausschließlich um illegale Inhalte. Richtig, darauf komme ich später noch zu sprechen. Die Sheriffs des Internets für ihre Arbeit, gerade sogar persönlich attackiert werden. Mein Kollege Tim Grübel hat unter Geheimhaltung Kontakt aufgenommen. Unter strengster Geheimhaltung? Sehr im Ernst? Nee. Und das sind sie, die neuen Sheriffs des Internets. Sie sollen dafür sorgen, dass illegale Inhalte online schneller gelöscht werden. Volksverhetzung, Kennzeichen, verfassungswidrige Organisationen, aber auch Hass und Hetze. Ahnen Sie wieder, Hass und Hetze, zwei Vokabeln, das ist Propaganda. Es ist nicht illegal. Weder Hass noch Hetze ist illegal. Erstens, Hass ist ein Gefühl und das zum Ausdruck zu bringen, ist absolut legal. Genau wie das Gegenteil. Liebe darf man ja auch zum Ausdruck bringen. Man darf Hass zum Ausdruck bringen. Es gibt Urteile des Bundesverfassungsgerichts dazu. Und ganz abgesehen davon, wenn einer sagt, ich hasse Donald Trump oder ich hasse die AfD, hast du jemals gehört, dass das Hassrede war? So ein Hetze. Hetze ist ein sozialistischer Kampfbegriff aus dem roten und braunen Sozialismus. Und er hat es jetzt auch in den grünen Sozialismus geschafft. Und gemeint damit ist nichts anderes als eine regierungskritische Meinung. In der DDR hatte man den Straftatbestand. Staatszersetzende Hetze oder so hieß das, glaube ich. Und so nichts anderes geht es, wenn du den Staat kritisierst, die Regierung, das Regime kritisierst. Das ist Hetze. Immer schon gewesen. Und das ist nicht verboten. Du darfst hetzen. Du darfst kritisieren. Da gibt es auch eindeutige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also Reichelt hat ja noch eine erwirkt im April. Wo klar gesagt wurde, dass sie das aushalten müssen. Das ist der Sinn einer Meinungsfreiheit und einer Demokratie. Ohne sowas ist ja absolut nicht denkbar. Und die tun jetzt so, indem sie dieses Framing benutzen. Hass und Hetze, dass sie den Leuten suggerieren, das wäre strafbar. Die meisten Menschen in Deutschland glauben inzwischen, dass Hass und Hetze Straftatbestände sind. Sind sie aber nicht. Das heißt Meinungsfreiheit. Richtig. Zumal, selbst wenn man sich damit abfinden würde, selbst wenn es okay wäre, es geht ja immer nur in eine Richtung. Gegen das, was die als rechts bezeichnen, wird ja viel mehr, wenn man deren Wording jetzt nutzt, viel mehr gehetzt. Und es wird auch viel mehr gehasst in diese Richtung. Das interessiert aber überhaupt nicht. Da würden die nie irgendwie einschreiten. Niemals. Man kann sich natürlich einen Spaß daraus machen, dem einfach deine Blase, dass du dir dazu aufrufst, das auch mal zu machen. Also nicht zu hassen und zu hetzen, sondern sämtliche Sachen, die sowas enthalten gegen deine Leute, einfach da mal melden und dann mal gucken, was passiert. Und die zuscheißen mit solchen Meldungen. Das kann man ja auch machen. Also das muss ja denen nicht allein überlassen sein, dieses Portal zu nutzen. Einfach aus Gegmal irgendwelche Äußerungen, dann nicht von irgendeinem armen Schwein, sondern von wirklich Politikern. Da findet sich ja eine Menge. Zum Beispiel Friedrich Merz, der die AfD als Gesindel bezeichnet hat. Was ist das denn bitte für eine Sprache? Das erinnert an dunkelste Zeiten. Und das müsste man einfach mal melden. Mal gucken, was dann passiert. Und dann sehen wir ja, was Sache ist. Doch für ihre Arbeit werden die Trusted Flagger gerade massiv angefeindet. Es ist nichts anderes als eine Zensur durch die Hintertür. Das sind Stasi-Methoden. Und das macht natürlich mir und meinen Kollegen schon Sorge. Wer steckt hinter den Trusted Flaggern? Wie funktioniert das Löschsystem? Also massiv angefeindet. Mein Gott nochmal, was werden denn wir angefeindet? Ja, also das ist einfach ein Shitstorm, haben sie bekommen. Und ich muss sagen, völlig zu Recht, weil auch völlig klar war, in welche Schlagrichtung das geht. Und was kritisiert wird, ist, dass sie vom Staat finanziert werden. Das kommt ja in dem ganzen Beitrag hier komischerweise nicht zur Sprache. Also die Kritikpunkte, die kamen von uns allen. Keiner davon. Alles, was da gezeigt wird, ist so, ja, Stasi-Methoden und so. Ja, das ist natürlich, der Vergleich bietet sich aber an. Sorry, ja. Die schnüffeln Privatleute aus und sammeln Daten. Da muss man auch mal die Frage stellen, ob das überhaupt erlaubt ist, solche Datensammlungen zu machen. Was ist mit DSGVO und so? Ja, das ist eine Auslagerung staatlicher Sachen, also sogenannte Flucht ins Privatrecht, weil diese Trusted-Flagger machen Dinge, die der Staat nicht darf. Der Staat darf nicht. Der Bundesverfassungsschutz darf zum Beispiel eigentlich gar keine Privatleute beobachten. Und die machen das hiermit. Die sammeln Daten, die der Staat nicht sammeln darf. Und das ist sehr, sehr fragwürdig, ja. Und da müsste man auch mal datenschutzrechtlich zum Beispiel drangehen und dann mal eine Auskunftsfrage stellen. Was haben sie denn so über mich? Und dann sehen wir mal weiter. Kann man auch beantragen, dass sie das löschen. All solche Sachen, ja. Und all diese Argumente, die gegen die Trusted-Flagger gibt, in den ganzen Beiträgen, aus denen die zitieren, zum Beispiel was wir damals gemacht haben, kann ich gleich noch drauf kommen. Wir haben da ja so viel zu gesagt und da ist dann nur ein einziger Satz und das ist der unwichtigste gewesen. Ja, da kommen wir gleich zu, wenn es kommt. Aber wir haben einfach einen Shitstorm bekommen und sorry, das muss man aushalten, ja. Das ist halt massive Kritik. Und man hat ja gesehen hier, das ist Zensur, sagt der Koll, ja. Ja, das ist, was denn sonst? Es ist natürlich nicht das, was man juristisch unter Zensur versteht. Das ist juristisch falsch ausgedrückt. Aber letztendlich läuft es am Ende auf das hinaus, was so das Volksbewusstsein als Zensur empfindet. Ja, zumal massiv angefeindet. Das klingt für mich ja auch, als ob jetzt diese einzelnen Personen massiv angefeindet worden wären. Was massiv angefeindet worden ist, das ist die Sache als solches. Die Institutionen, ja. Ja, genau. Und ich finde auch, die Beispiele, die Sie dafür genannt haben, haben Sie da wirklich nichts Härteres gefunden? Haben Sie da keine massiveren Anfeindungen gefunden, als diese dann doch eher entspannten Aussagen? Gut, das mit der Stasi, okay. Ja, das ist doch nicht schlimm. Sorry, also, ne. Wenn man sich mit der NSDAP vergleichen lassen muss, ist Stasi ja noch okay, ja. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, du hast völlig recht, hätten Sie Beispiele von richtigen Angriffen, dann hätten wir die zu sehen bekommen. Ja, so eine richtige Drohmail mit Morddrohungen und so, dann hätten Sie die in die Kamera gehalten, mit verpixelt Absender meinetwegen. Aber da ist ja nichts. Sie haben nicht ein einziges Beispiel. Und wenn das ihr bestes Beispiel ist, dann sorry, dann gibt es keine Anfeindungen. Dann gibt es einfach nur massive Kritik und die ist gerechtfertigt. Und selbst wenn sie nicht gerechtfertigt werden, muss man sie aushalten. Das gehört sich so. Wer massiv angefeindet wurde, und das wurde ja auch begründet, warum, ist ja dieser Moslem, der der Direktor von dieser einen NGO da ist, aber der wird gar nicht, der wird, glaube ich, im ganzen Bericht überhaupt nicht drauf eingegangen, ne? Ne, auf alle validen Argumente, die in den Videos, aus denen zitiert wird, gekommen sind, wird nicht eingegangen. Sie werden auch gar nicht gebracht. Es werden nur die zwei, drei Passagen gebracht, wo, oh, das ist Stasi, oh, das ist Zensur, buh, das ist das Ende der Meinungsfreiheit. Das ist alles gekommen. Aber die Begründung, ja, die kommt nirgends. Es wird nicht mal ansatzweise kritisch auf dieses Trusted-Flagger-Ding eingegangen und die wirklichen problematischen Sachen überhaupt nicht angesprochen, sondern nur, die kommen jetzt in die Opferrolle, ja, buh, 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 die bösen Rechten mal wieder und die machen, die wollen doch nur was Gutes. Und das ist alles. Das ist so einseitig. Ich meine, es ist ja ProSieben, das ist mir scheißegal, für die muss ich ja nicht Zwangsgebühren abdrücken. Vom ÖHR bin ich ja nichts anderes gewöhnt. Aber trotzdem ist es halt einseitig und deswegen müssen wir mal drüber reden. Sollten wir hier auch nochmal kurz erwähnen, der Direktor dieser einen Organisation. Es gibt nur eine. Ja, genau. Also es gibt mehrere, aber die sind jetzt als Erster eingesetzt worden als sogenannte Trusted-Flag oder sollen eingesetzt werden. Der ist halt nach meinem Dafürhalten ein streng gläubiger Moslem. Und da ist er für mich schon in einem Interessenkonflikt, wenn es zum Beispiel um berechtigte Islamkritik geht. Und erstens das und zweitens ist ihm ja auch eine, der hat ja studiert an so einer Hamas-nahen Universität in Kairo. Und da gibt es ja auch Fotos mit ihm, wo er mit irgendeinem Hamas-Unterstützer drauf posiert. Also da sollte man sich wirklich schon fragen, ob das der richtige Mann ist. Also ich will ihn nicht verurteilen. Ich kenne ja nur diese Seite. Er hat sich wahrscheinlich noch nicht dazu geäußert. Zumindest bin ich bekannt. Man sollte immer beide Seiten hören. Aber der Kritikpunkt ist natürlich absolut berechtigt und muss man auch äußern dürfen. Genau. Und wird hier, ich habe vorhin schon mal reingeschaut, nicht mit einem Wort erwähnt? Keine. Keine einzige Kritik. Nur diese Schlagworte Stasi und Meinungsfreiheit zu Ende und Zensur. Das ist alles, was kommt. Und das ist ja nicht der Punkt. Ich mache mich auf den Weg zur Hauptzentrale der Trusted Flagger. Doch als ich hier ankomme, erhalte ich die Nachricht, dass ich mich aus Sicherheitsgründen nicht direkt in der Hauptzentrale mit meinem Ansprechpartner treffen kann. Kriegst du übrigens heute über die Google-Suche, kriegst du das denn drei Sekunden raus, welches 6.000-Einwohner-Dorf das ist? Also wenn das wirklich alles so geheim wäre und alles so gefährlich. Ja, die machen einen auf konspirativ, damit es ein bisschen Action und Spannung hat. Ist halt Privatsender. Ich weiß jetzt nicht, wie dieselbe Reportage bei ARD und ZDF aussieht. Sondern erst mal an einen neutralen Ort kommen soll. Hi. Servus. Wir sind verabredet, richtig? Und du hast das Mikro schon hier. Hi. Tim, freut mich. Schön, dass es geklappt hat. Reinhard. Hi. Nein. Reinhards Nachnamen dürfen wir nicht nennen. Und er ist heute der... Ist auch wieder so komplett gestellt. Das ist schon verkabelt, das Mikro hier. Das ist normal. Das würden wir nicht anders machen. Aber seinen Nachnamen dürfen wir nicht nennen. Ich meine, der ist da im Vollbild, im Klarbild zu sehen. Und da hat man den Nachnamen doch auch in drei Sekunden raus, wenn man das dann wollte. Also es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Naja. Der Einzige, der vor der Kamera mit mir über seine Arbeit sprechen wird. Denn für die Mitarbeiter ist es mittlerweile einfach zu gefährlich. Seit dem 1. Oktober sind wir leider auch Opfer von verschiedenen Hasskampagnen im Netz. Und deswegen haben wir ein Sicherheitskonzept und müssen darauf achten, dass wir eben gerade die Büroräume und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht gefährden. Jetzt haben wir wieder die beiden Worte Hass und Hetz. Also Hasskampagne. Also da haben sich Leute einfach nur aufgeregt. Und haben da Shitstorms gemacht. Hasskampagne. Also eine Kampagne ist was Finanziertes, was Konzertiertes, ja. Aber wir haben einfach Leute spontan reagiert auf die viele Berichterstattungen und ihrer wutfreien Lauf gelassen. Entschuldigung. Und das ist alles. Aber da wird gleich wieder so gemacht, als stünde da irgendwas hinter. Aber auf der anderen Seite gibt es ja gar keine NGOs mit dem vielen Geld, um Kampagnen zu machen. Was die machen, sind Kampagnen. Auch ganz konkret haben wir einen Mitarbeiter, der bedroht wurde. Das macht natürlich mir und meinen Kollegen schon Sorge. Also wenn noch niemand weiß, wer da arbeitet, wie kann denn ein spezieller Mitarbeiter da bedroht worden sein? Also das ist doch schon Widerspruch in sich. Aber wie gesagt, gäbe es das, gehe ich jede Wette ein, hätten sie das Ding in die Kamera gehalten. Klassiker, ist der Klassiker. Machen Sie immer. Was von deiner Arbeit sehen? Klar, gerne. Ja, okay. Wichtig wäre nur, dass wir keine Details zeigen, wo wir uns befinden oder Häuserfassaden. Es kann doch nicht deren Ernst sein, es kann doch nicht deren Ernst sein. Der Hass gegen die Mitarbeiter ist so groß, dass es bereits Anschlagsversuche gab. Oh nein, 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 nein. Er hat doch selber. Wenn doch keiner weiß, wo die sind, ja. Wie soll das passiert sein? Nee, sorry, gib mir das Polizei-Aktenzeichen, dann hole ich mir die Akte und dann gucken wir mal weiter, ja. Ich glaube es nicht. Ich sage es ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Wir wüssten es auch, wir wüssten es nicht. Vor allem, Herr Jazz, das ist ja jetzt noch höher als der Mitarbeiter da. Ja, er hat ja so lapidar, ein Mitarbeiter wurde schon bedroht und jetzt gab es schon Anschlagsversuche. Also Gott, oh Gott, oh Gott. Mittlerweile sogar der Startschutz eingeschaltet wurde. Für unseren Dreh heißt das absolute Diskretion. Niemand darf wissen, wo wir jetzt genau hinlaufen. Denn dass wir jetzt doch in die Hauptzentrale dürfen, ist eine absolute Ausnahme. Die Meldestelle gibt es schon seit 2017. Die Mitarbeiter haben eine eigene Plattform entwickelt, auf der sie Online-Meldungen entgegennehmen und prüfen, ob es sich bei bestimmten Social Media... Wenn ich die Hand hebe, musst du auch mal gucken. Ja, 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 ich fahre auf der anderen Seite. Aber du wolltest sagen, dass die Dunkelradie ganz hübsch ist. Ja, finde ich auch. Wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, wir sind jetzt bei ungefähr der Hälfte des Berichts. Und der einzige Informationsgehalt, abgesehen von vier Sekunden, ist, dass die Geheimen sind, geheim, 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 geheim und bedroht. Und es geht also, die eine Hälfte des Berichts geht überhaupt nicht zur Sache. Es wird sich überhaupt nicht mit der Sache selbst auseinandergesetzt. Die ganze Zeit ging es nur darum, was... Also es ist so eine Gewichtung, als gäbe es über dieses Thema nichts anderes zu sagen. Und damit ist doch schon klar, worauf es hinausläuft. Die sollen da als Helden dargestellt werden, die sich für das reine, wahre Gute einsetzen. Und alle anderen sind die Bösen. Deswegen müssen die jetzt da in irgendeinem Bunker hocken, was sie offensichtlich nicht tun, und haben Angst, vor die Tür zu gehen. Zeigen sie aber mit ihren unverpixelten Gesichtern. Finde den Fehler. Ja, auch vor allen Dingen junge Mädchen oder junge Frauen. Und wir wissen, Frauen sind ja gerade, was so Bedrohungslagen angeht und so, jetzt in der Regel, in der Regel nicht so die Mutigen. Und ja, also... Ja, ich frage mich jetzt, was für eine junge Frau gefährlicher ist, im Internet Hassrede aufzuspüren oder nachts oder abends durch den Park zu gehen. Wir haben aktuell einen Schnitt von 87 Meldungen pro Tag. Zum Beispiel die Volksverhetzung, die Spendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, aber auch Hass und Hetzig ist es so, das, was den größten Teil unserer Arbeit ausmacht. Seit Oktober ist die Organisation Respect Deutschlands erster Trusted Flagger, also ein vom Staat verifizierter, vertrauenswürdiger Hinweisgeber. Aber was ist das genau und warum brauchen wir das überhaupt? 2022 beschließt die Europäische Kommission den sogenannten Digital Service Act. Der soll Social Media Plattformen wie Facebook, X oder TikTok verpflichten, stärker gegen illegale Inhalte vorzugehen. Das sind zum Beispiel Volksverhetzung, Beleidigung oder Antisemitismus. Dazu will die EU sogenannte Trusted Flagger einsetzen. Das sind unabhängige Organisationen, die die illegalen Inhalte sammeln und direkt an die Plattform senden. Das sollten wir mal erwähnen, sie sind natürlich nicht unabhängig. Ja, natürlich sind sie nicht unabhängig, weil sie ja abhängig sind vom Staat, also sprich von der Regierung, die ihnen die Mittel zuschießt. Und dann ist es auch noch falsch gewesen, es heißt Digital Services Act. Und nochmal zu den Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, was das auch sein kann. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel des Publizisten und Islamkritikers Michael Stürzenberger, der seinerzeit für PI News einen Artikel geschrieben hat über die Nähe damals des Großmuftis von Jerusalem, also einem Moslem, zu Adolf Hitler. Und dann gibt es ja dieses berühmte Foto und auf diesem Foto siehst du dann auch ein paar Uniformen und auf diesen Uniformen siehst du dann auch ein paar Abzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und dafür ist der Michael Stürzenberger verknackt worden, obwohl das ein journalistischer Artikel war. Da musst du dir mal vorstellen. Wie weit ist er denn gegangen von Instanzen? Das weiß ich nicht mehr, aber... Also das ist vom Bundesverfassungsgericht, wie das kassiert worden, sorry. Aber da muss man auch durch alle Instanzen gehen. Man darf niemals sich mit einer ersten Verurteilung zufriedengeben. Macht er eigentlich auch nicht. Das wundert mich jetzt, wo du mich gerade auf ansprichst, wundert mich jetzt auch. Müsste ich nochmal genau zu fragen, ist ja aber lange her. Aber das ist, wie gesagt, eine seiner ganz, ganz wenigen Verurteilungen. Und ja, absolut wahr. Vor allen Dingen hat er das Kennzeichen ja gar nicht verwendet. Verwenden heißt ja, guck mal, wie oft sind Hackenkreuze auf dem Spiegel-Cover oder sonst? Ja, also verwenden heißt ja auch im ursprünglichen Sinne verwenden und nicht etwas zitieren mit Bezug. Damit verwende ich das ja nicht. Es ist ja auch was anderes, wenn ich jetzt jemanden so grüße, wie ich ihn nicht grüßen darf. Oder wenn ich jetzt sage, im Dritten Reich haben alle Heil Hitler gesagt. Das ist halt was völlig anderes. Dann verwende ich die Parole ja nicht. Wenn ich grüße erst, wenn ich meine Kumpels so begrüße. Und wir beide jetzt als glühende Antisozialisten lehnen ja diese Organisationen, die da gezeigt werden, auch im Grunde per se ab. Massiv, massiv sogar, ja. Ja, 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 massiv ab. Aber was die hier machen, ist ja dann speziell bei diesem Fall hier, weil das ist ja wirklich strafrechtlich dann relevant in der heutigen Gesetzeslage, ist ja aber nichts anderes als beispielsweise das, was der Anzeigenhauptmeister macht. Der mit seinem Fahrrad durch die Gegend fährt und irgendwelche Falschparker meldet. Das ist ja nichts anderes. Ja, wir haben halt diesen Straftatbestand, dass diese Dinge nicht verwendet werden dürfen, okay. Und wenn sie Straftaten melden, ja, dann tun sie halt was. Ja, aber da kümmern sich normalerweise, kümmern sich da die Strafverfolgungsbehörden und nicht irgendwelche Privatpersonen. Darum weißt du, wie ich meine? Ja, die kümmern sich auch darum, die Strafverfolgungsbehörden, weil die Falschparker machen ja keine Strafverfolgung, die melden es dann in den Strafverfolgungsbehörden. Ja, ja, genau. Aber auch, also, aber ich will damit sagen, ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Anzeigenhauptmeister und diesen Leuten hier. Ich schon, weil der Anzeigenhauptmeister wird nicht für meine Steuergelder bezahlt. Das stimmt. Und er ist auch nicht dafür da, meine Meinungsfreiheit einzuschränken. Und er zeigt auch niemanden an, der richtig parkt. Und wenn doch, dann kriegt er auf den Sack. Das ist der Unterschied. Das stimmt. Also würdest du die Jungs und Mädels noch unter dem Anzeigenhauptmeister ansiedeln? Der Typ ist ein einzelner, wie soll ich sagen, Verirrter. Und das hier ist, das ist Staatsterror, so bezeichne ich das. Das ist Staatsterror gegen Menschen, die nicht mit der Regierung einverstanden sind. Nichts anderes als das ist das. Nicht zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu löschen. Dieser Digital Service Act gilt für alle EU-Mitgliedsländer und muss auch von allen umgesetzt werden. In Deutschland ist dafür die Bundesnetzagentur zuständig. Und die hat Anfang Oktober den ersten deutschen Trusted Flagge benannt. Die Meldestelle Respect aus Baden-Württemberg. Doch das passt einigen im Netz gar nicht. Es ist nichts anderes als eine Zensur durch die Hintertür. Leute, das ist Zensur. Die haben ja schon den Kommunisten-Stern im Logo. Das sind Stasi-Methoden. Sie können quasi mit einem Fingerschnipp... Du willst doch nicht unseren großen Auftritt jetzt einfach überspielen. Nein, nein. So, und das ist lustig. Ich habe mich kaputt gelacht. Unser Video damals darüber, da ging es ja sehr dezidiert um die ganze rechtliche Einordnung, um alles, was damit zu tun hat, die ganze Problematik. Und dass ich da diesen Kommunisten-Stern reingehalten habe, das war das Allerunwichtigste, was ich in dem ganzen Video gesagt habe. Und dann nehmen sie auch noch etwas, was sogar stimmt. Es ist ja der Kommunisten-Stern. Okay, der Original-Kommunisten-Stern ist rot, der bei denen ist rosa. Dann sind es halt schwule Kommunisten. Scheißegal. Aber wie auch immer, es ist ja so ein Kommunisten-Stern. Was heißt das denn? Aber alle anderen Argumente in unserem Beitrag, und das war ja wirklich sehr solide, da war ich auch sehr gut vorbereitet. Alles andere kommt überhaupt nicht. Nur das. Aber schön, ich finde es trotzdem lustig, weil vielleicht sehen so ein paar Leute aus Versehen, dass es sich um Kommunisten handelt. Vor allen Dingen, was wollen die mit diesem Ausschnitt überhaupt sagen? Also im Grunde haben sie uns doch damit einen Gefallen getan. Aber die denken wahrscheinlich anders. Die, die das geschnitten haben, die, die diese Ausschnitte rausgesucht haben, sind wahrscheinlich selber so ein bisschen kommunar und wollen damit sagen, guck mal, die haben hier was gegen den großartigen Staat. Ja, wir sind alle, die wollen uns als Antikommunisten und damit als Rechts framen, was Quatsch ist. Ja, Antikommunist ist die Linkse. Ja, Antikommunismus, ja, der natürlich links ist. Das heißt aber nicht, dass man Rechts ist. Man kann auch Libertär sein, so wie ich, ja, geht genauso. Vollermittisch, wie ich. Man hätte von großen Plattformen verschwinden lassen. Wir sind jetzt auf dem Weg in eine Diktatur. Auf dem Weg in eine Diktatur, Stasi-Methoden, Zensur, harte Anschuldigungen gegen Reinhard und sein Team. Aber was ist da dran? Um das zu klären, müssen wir zeigen, wie die ganze Meldekette der Trusted-Flagger funktioniert. Olli, das ist jetzt langweilig. Jetzt zeigen sie halt, wie das in der Praxis ist. Dann meldet einer was, dann poppt es bei denen auf und dann melden die es weiter. Das können wir auch überspringen. Das ist nicht sehr spektakulär. Ich wollte auch noch mal sagen, es ist ja auch aus journalistischer Sicht, es ist ja überhaupt nicht sauber. Weil wir bringen hier so kurze Ausschnitte von Kritikern, ja, und dann versuchen sie uns jetzt zu erzählen, warum das alles schwachsinnig ist. Aber sie müssten ja dann auch mal mit jemandem, mit einem Kritiker sprechen. Das machen sie. Das tun sie nicht. Und ganz am Ende kommt dann der letzte Punkt, den ich noch habe, wenn die mit der Beschreibung hier, wie das genau funktioniert, durch sind. Und wie gesagt, das ist einfach langweilig und langatmig. Da habe ich auch ein Framing. Jetzt wird nämlich so getan, dass all die Kritiker, die vielen Kritiker gegen diese Organisation jetzt irgendwie Neonazi wären und etwas dagegen hätten, wenn die Leute solche Parolen wie meine Ehreheistreue verbreiten würden. Ja, also ich bewege mich ja viel im Internet und nehme viel an Diskussionen teil. Ich habe noch nie so eine scheiß Parole irgendwo gesehen. Das macht doch keiner. Das ist doch dämlich. Ja, sorry. Und sie hat ja eben selbst gesagt, dass die Hauptgemeldeten Sachen sind Hass und Hetze, sprich legale Inhalte. Es ist ja gar nicht interessant, wie viele Sachen bei denen gemeldet werden. Es ist viel interessanter, wie viele werden an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Noch interessanter ist, wie viele zu einer Eröffnung eines Strafverfahrens überhaupt kommen. Und das Allerinteressanteste ist die Zahl, wie viele Verurteilungen dabei rauskommen am Ende. Und ich sage dir, fast jeden Tag null. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz eine Broschüre zum Thema Rechtsextremismus. Da können wir auch gleich mal schauen. Auch interessant. Warum eigentlich nur zum Thema Rechtsextremismus? Warum nicht auch zum Thema Linksextremismus? Wollte ich gerade auch sagen, jetzt muss man dazu sagen, dass diese Propagandadelikte gibt es nur für den sogenannten Rechtsextremismus. Es gibt keine verbotenen linken Sprüche, soweit ich das weiß. Es gibt ein paar islamistische Zeichen und so. Islamischer Staat oder irgendwas, das verboten ist. Aber ansonsten, diese ganzen, die Linken können ja sagen, was sie wollen. Du kannst also jeden linken Massenmörder hochpreisen. Das ist gar kein Ding. Du kannst mit Che Guevara-T-Shirt rumlaufen. Adolf Hitler-T-Shirt geht nicht. Hitler hat persönlich keinen umgebracht im Gegensatz zu Che Guevara. Das soll aber jetzt keine Verharmlosung sein. Hitler hat natürlich dafür gesorgt, dass Millionen Menschen sterben. Aber das hat Stalin auch getan. Und du kannst mit dem Stalin-Ding rumlaufen. Da muss man einfach mal sehen. Deswegen hast du auch immer mehr rechte Straftaten, also sogenannte Rechte. Die Nazis waren ja in Wahrheit Linke, wie wir beide wissen. Aber du hast diese rechten Straftaten, weil du halt Propagandadelikte hast, die es für die andere Seite nicht gibt. Die können sich auf diese Weise nicht strafbar machen. Und wenn sie jetzt sowas hier haben mit Trusted Flaggern, kommen noch mehr Anzeigen. Verstehst du? Und dann hast du noch mehr in der Statistik, noch mehr rechte Straftaten. Das ist der Sinn dahinter. Die wollen uns einfach zuwallern mit, guck mal, wie böse die Rechten sind. Parolen auf Seite 63. Da finden wir dann die verschiedenen Parolen. In dem Fall, meine Ehre heißt Treue, Losung der SS. In demnach ist es dann strafbar nach 86a. Das heißt, wir gehen auf die URL, auf den Link, sichern die Beweise, sichern das Profil von dem Nutzer und dann geht es ans Bundeskriminalamt. Und genau das ist der Punkt, der die Vorwürfe aus dem Netz widerlegt. Denn die Trusted Flagger können selbst überhaupt keine Inhalte löschen. Darauf wollte ich hinaus. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ein Strohmann-Argument. Die wollen also sagen, die Kritiker lügen, weil die können ja gar nichts löschen. Das behauptet auch niemand. Haben wir nicht behauptet in unserem Beitrag. Dann sollen sie doch mal sagen, wo das behauptet wurde. Sie lügen also, indem sie sagen, dass wir lügen. Wir hätten gelogen, weil wir sagen, die löschen Sachen. Ich habe es noch nie gehört, dass das irgendeiner von den Kritikern behauptet hat. Also auch der Kolja nicht hier von Aktien mit Kopf, der auch eingeblendet wurde. Die anderen kenne ich ehrlich gesagt nicht. Aber niemand hat, soweit ich es weiß, gesagt, dass die das löschen. Wir wurden eingeblendet, wir haben das auch nicht gesagt. Ich habe sehr dezidiert dargestellt in dem Video, wie diese Kette funktioniert. Genau so. Natürlich löschen die das nicht. Das sagt auch keiner. Und dann wird also gesagt, wir lügen, indem wir das behaupten. Tatsächlich lügen die. Ja, und das musst du dir mal vorstellen. Eigentlich müsste dieser Artikel gemeldet werden wegen Fake News. So ist es. Damit bin ich durch. Also mit meinen Punkten. Ja, ein besseres Schlusswort gibt es noch gar nicht. Ich danke dir und komme bald wieder. Sehr gerne, Rolly.